Und ich hatte aber auch so ein bisschen Einschränkungen gehabt, so gerade hier so im Halswirbelbereich, auch ein bisschen durch den Sport bedingt. Also ich konnte nicht so tief einatmen, dieses bedrückt. Nackenverspannungen sehr häufig. Nackenextrem, auch beim Schlafen. Der wird schlafen wie ein Baby heute. Oh, zerstört. Funktionieren die noch? Hast du es gespürt? Ich spüre es sogar in den Waden gerade, das ist Wahnsinn.